So, jetzt noch ein Tipp zum Thema, wie stelle ich denn so einen Fünffach-Spannungsteiler ein, um die Schallschwellen des Komparators zu bestimmen. Wenn man da nicht die zündende Idee hat, verzweifelt man etwas. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel genommen, was absichtlich weit von euren Werten weg ist. Und zwar habe ich jetzt 12 Volt Versorgungsspannung, ich habe hier meine 5 Widerstände und hier würden jetzt die Komparatoren für die LEDs drankommen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich hier jetzt die Soll-Spannungen berechnet, also die Spannungen, bei denen der Komparator schalten soll. Und das heißt, ich möchte jetzt mit diesen Widerständen hier entsprechende Spannungen erzeugen. Ich nehme mir jetzt erstmal ein paar Prüfspitzen, setze die hier rein, damit ich mir das auch anzeigen lassen kann. Und jetzt sind momentan ja alle Widerstände gleich groß. Ups, das machen wir nochmal, das machen wir nochmal vernünftig. So, ich nehme mir hier ganz gerne mal den Momentan-Spannungs-Tast-Kopf, einfach deshalb, weil der nicht so ausladend und so viele Anzeigen hat. Denn das reicht mir jetzt an dieser Stelle hier mal. So, jetzt habe ich alle versorgt. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, stelle ich sicherlich fest, dass die Spannungen so gar nicht stimmen. Oh, teilweise stimmen sie schon fast, tatsächlich. Erstaunlich nah dran, das ist jetzt aber wirklich eher Zufall. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überrascht. Aber gut, also hier oben haben wir jetzt 9,6 Volt, hier unten haben wir 2,4. So, jetzt würde man vielleicht im ersten Schritt hingehen und irgendwie so ein bisschen frickeln und basteln und sagen, ja, jetzt sind hier 2,4, jetzt will ich aber 2 haben. Und wenn ich 2 haben will, mache ich doch vielleicht diesen Widerstand hier einfach mal ein bisschen kleiner. Nehme vielleicht mal 9,5 oder sowas. Einfach mal so ins Blaue geschossen, gucken wir mal, was da rauskommt. Okay, dann habe ich vielleicht 2,3. Reicht immer noch nicht, nehme ich vielleicht mal 9 glatt. Könnte ja vielleicht, da habe ich 2,2. Ja, alles schön und gut, kann man jetzt machen. Kann man vielleicht sogar gut treffen. Ich schätze erst mal 8,8 werden es sein oder 8,7. Hier nochmal 8,8 und schauen wir mal. Klar, erst mal Simulation beenden. Boah, wir kommen der Sache jedenfalls näher. Was wir allerdings merken ist, und jetzt nehme ich nochmal 8,6, also wir merken uns einmal kurz die Werte. Das Problem ist jetzt eigentlich, dass wenn ich jetzt irgendwie 8,5 nehme oder so, dass ich damit auch diese Werte hier alle verändere. Ich drücke einmal auf Play und merke, hier ändern sich, wenn auch nur geringfügig, alle anderen Werte. Und das ist blöd, denn ich treibe das jetzt nochmal einen weiter. Ich nehme jetzt mal 8 hier, hoffe, dass, ja, jetzt haben wir es doch perfekt getroffen. Auf jeden Fall ändere ich hiermit alle Werte. Sieht jetzt im ersten Moment nicht problematisch aus, weil jetzt könnte man denken, ich habe jetzt hier 2 Volt eingestellt, alles klar. Jetzt habe ich hier 4,5, will aber 4 haben, also muss ich auch hier den einfach mal kleiner machen. Und jetzt nehme ich hier auch mal einfach mal 8. Gucken wir mal, was passiert. Dummerweise ändere ich dann nicht nur oben die Werte, sondern auch den unten wieder, wie man jetzt sieht. Und zack, habe ich wieder unten, zugegebenermaßen nicht viel mehr, aber etwas mehr. Ich mache das nochmal weiter, also gehe jetzt hier auf 7,5 oder so. Jetzt mache ich einfach mal 7, guck mal, was passiert. Oh, dann bin ich hier glatt, das ist ja schön. Dummerweise unten jetzt nicht mehr. Das heißt, wann immer ich jetzt anfange, diese Widerstände nachzujustieren, führt das dazu, dass sich alle Werte verändern. Das ist wirklich ätzend. Man kann das jetzt auch als Gleichungen natürlich aufschreiben und anfangen, so ein Gleichungssystem mit 4, ne Quatsch, 5 Unbekannten zu lösen, weil ich habe 5 unbekannte Widerstände. Aber das ist nicht zielführend. Viel einfacher ist, wenn ich folgendes mache. Ich gehe hin und sage, anstatt diese Spannungen hier direkt einzustellen, mache ich folgendes, ich lege erstmal einen Strom fest. Das heißt, ich schreibe das mal hier in so ein Textfeld hin, lege Strom fest. Ich sage mal beispielsweise, das können wir nehmen, bei 12 Volt ist vielleicht blöd, nehmen wir nur noch 120 Milliampere. Er ist zu viel, nehmen wir 12 Milliampere. 12 Volt, 12 Milliampere klingt doch schön. Also ich hätte gerne einen Strom von 12 Milliampere. Wenn ich das so mache, dann heißt das sofort, dass ich auch was rauskriege für R-Gesamt. Denn wenn ich 12 Milliampere haben will, dann muss R-Gesamt automatisch ein Kiloohm sein. Denn, ich mache das mal so, weil man hier kein Sonderzeichen machen kann, denn 12 Volt durch 1 Kiloohm sind 12 Milliampere. Und damit weiß ich, was die Reihenschaltung hier liefern soll. Und jetzt habe ich es eigentlich relativ einfach. Denn jetzt gehe ich einfach nur hin und sage, okay, ich habe jetzt festgelegt, dass hier 12 Milliampere fließen sollen. Damit weiß ich auch, was durch R5 fließt, nämlich 12 Milliampere. Und wenn ich mit 12 Milliampere 2 Volt Spannungsabfall erzeugen möchte, dann weiß ich, wie groß der Widerstand hier sein muss, nämlich 2 Volt durch 12 Milliampere. Und das kann ich jetzt theoretisch einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das mache ich jetzt auch mal. Nämlich, was sind 2 Volt durch 12 Milliampere? Das sind, wenn man nicht gerade auf Informatik ist, sondern auf einem normalen Taschenrechner. 12 Volt durch 12 Milliampere sind 0,166 Kiloohm. Das heißt, 166 Ohm. Den trage ich hier jetzt ein. Das heißt, ich nehme 167 Ohm. So, das ist jetzt ein sehr kleiner Wert natürlich. Sollte man dann in der Praxis was größer machen, indem man den Strom hier kleiner wählt. So, jetzt möchte ich, dass über R4, Achtung, nicht 4 Volt abfallen, sondern 4 Volt minus 2 Volt. Denn hier haben wir schon 2 Volt. Hier oben wollen wir 4 Volt gegen Masse haben. Also brauchen wir noch 2 Volt dazu. Das heißt, auch über R4 sollen jetzt 2 Volt abfallen. Damit muss der genauso groß sein. Auch 167. Genau genommen halt 166 Komma. Ich runde mal auf. Ein bisschen Rundungsfehler werden wir jetzt kriegen. So, jetzt der nächste. Über diesem Widerstand hier, da will ich oben drüber 7 Volt gegen Masse haben. Das heißt, 4 Volt habe ich hier schon. Das heißt, über dem R3 sollen nochmal 3 Volt abfallen. Was brauche ich also? Ich brauche 3 Volt durch 12 Milliampere. Das sind netterweise, ja gut, das hätte ich auch im Kopf rechnen können. Das sind 250 Ohm. Das heißt, hier sind es 250 Ohm. Ohne Kilo. Einfach nur 250. Und im vorletzten Schritt haben wir den noch. Da sind es auch wieder 3 Volt Differenz. Also müssen auch hier 250 Ohm hin. Und jetzt fehlt noch der letzte. Und der letzte muss jetzt so eingestellt werden, dass alle addiert eben 1 Kilo Ohm ergeben. Das heißt, ich habe hier 250. Nochmal 250. Habe hier 167. Nochmal 167. Das heißt, das ist jetzt sowas wie... Ich tippe es mal wirklich ganz stumpf in den Taschenrechner ein. Ich möchte 1000 Gesamt haben. Habe aber 250 schon durch den R2. Habe nochmal 250 durch den R3. Habe 167 durch den R4. Und habe 167 durch den R5. Und was mir für oben noch bleiben, sind witzigerweise... Was muss immer? Nochmal 166. Das heißt, hier oben brauchen wir 166 Ohm. Das können wir auch anders rechnen, indem wir einfach hingehen und sagen, naja gut, wie viel Volt brauche ich denn bis oben zu 12 Volt? Hier habe ich 12 Volt, da habe ich 10 Volt. Brauche ich also 2 Volt Abfall. Und damit bin ich wieder bei diesen 167. Der Rest ist jetzt Rundungsfehler. Und dass hier einmal 166, einmal 167 steht, ist Rundungsfehler. So, und wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, einmal auf Play drücke, stelle ich fest, die Werte stimmen bis auf leichteste Rundungsfehler. Perfekt. Und so kann ich mir jetzt für jede Sollspannung meinen Fünffachspannungsteiler entspannt zusammenstricken. Für die Praxis auch hier wieder zwei Dinge sollte man nicht tun. Man sollte die Widerstände nicht zu klein wählen. So wie ich sie hier jetzt gewählt habe, sind sie zu klein, denn durch diesen Spannungsteiler fließen ja 12 Milliampere durch, so wie ich das jetzt designt habe. Wenn ihr die Widerstände sehr klein macht und dann sehr großer Strom fließt, dann ist die Batterie nur leer, an der ihr das Ganze betreibt. Das heißt, riesig sollten, äh, mini klein sollten sie nicht sein. Das heißt, ich würde sagen, deutlich, deutlich, deutlich über einem Kiloohm, eher so vielleicht 10 bis aufwärts. Gleichzeitig sollen sie aber nicht zu groß werden, weil hier kommen ja Komparatoren dran. Und diese Komparatoren ziehen ja, das haben wir vorhin schon mal gesehen, oder in einem anderen Video gesehen, ziehen die jeweils so ein paar Mikroampere, oder sagen wir mal ein Mikroampere Strom. Das heißt, wenn ich hier Megaohm einsetze, also ganz, ganz große Werte, und dafür sorge, dass damit der Gesamtstrom durch den Zweig extrem klein wird, dann ist die Auswirkung dessen, was hier in die Komparatoren reinfließt, wieder vergleichsweise groß ist. Also auch schlecht. Das heißt, ähm, minimal würde ich sagen, bei einem Kiloohm bis 10 Kiloohm, maximal würde ich sagen, bis 100 Kiloohm, und dann ist eigentlich alles gut. Was ihr davon nehmt, könnt ihr ja mal durchsimulieren, und da werdet ihr einfach marginale Unterschiede dann feststellen. Aber so könnt ihr euch den zusammenstricken. Und wenn man nicht drauf kommt, sich da einen Strom einfach mal vorab festzulegen, wird man, glaube ich, einigermaßen wahnsinnig. Deswegen das als Hilfestellung.